Hallo zusammen, ich bin Nico und mache eine Ausbildung aus Fachmann Sonnenschutz und Stohrentechnik bei der Firma Schenkenstoren. Ich sage heute mal meinen Alltag, kommt doch mit. Aus Fachmann Sonnenschutz und Stohrentechnik montierst und repariierst jegliche Arten von Sonnenschutzanlagen, wie zum Beispiel Lamele-Storenen, Sonnenstoren und Rollläden. Man arbeitet vor allem an der frischen Luft, von Ort bei Kunden oder an verschiedenen grossen Baustellen, die wir so haben. Das Tablet spielt in meinem Alltag eine wichtige Rolle, da sehe ich nämlich, welche Aufträge tagtäglich zu erledigen haben. Der Bereich Smart Home als Bedienung und Programmierung von Anlagen über das Tablet wird auch immer wichtiger und ist ebenfalls ein Verstandteil der Ausbildung. Und hast du gewusst, leistest du auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Stohrentechnik sind nämlich nicht nur Sichtschutz, sondern schützen die Gebäude auch vor Überhitzung und Kälte. Durch meine Lehrzeit begleitet mich auch mein Praxisbildner, er unterstützt mich bei allen Anliegen und Fragen. Auch sonst hat man ganz viele Vorteile bei Schenkenstoren, wie zum Beispiel eine Beteiligung an das Fitness und 500 Franken an der Autoprüfung. Das Schönste daran ist am Job, dass du mir am Schluss gesehen hast, was du geleistet hast. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick gegeben in meinen Berufsalltag aus Fachmann Sonnenschutz und Stohrentechnik. Hat dir das Video gefallen, dann schlöge ich nicht und schnuppern und lasse dich selbst überziehen. Bis zum nächsten Mal.